Mensch, du bist doch eigentlich so eine tolle Frau, wieso hast du denn keinen abbekommen? Also das ist total interessant, weil das natürlich sofort impliziert, dass es daran liegt, dass der Mann nicht will. Eben, das meine ich, vor allem für Frauen. Und ich würde sagen, Shaming vielleicht nicht unbedingt, aber oft natürlich der Satz, der Richtige kommt schon noch. Gib nicht auf, hang in there. Als ob das bis dahin nur so ein sediertes, ich warte bis ich endlich erlöst werde. Dass es bis dahin einem aber auch ganz gut geht, wird ja oft vergessen, dass man das sogar nicht mag. Und vielleicht solltest du dich einfach nicht zu sehr auf diesen Lügendetektor verlassen.